So Leute, ein Pack voller Konzentration! Wartet auf euch, denn ich werde dieses Spiel schaffen. Na klar doch. Oh, ich hab keinen Bock... Scheiße. Ich hab echt keinen Bock auf diesen Teil des Spiels. Oh, ich bin durchgekommen, cool. Dam, dam, dam. Yeah, ich geh da durch, ohne Weißmaß zu benutzen. Oh Gott, warum hab ich das gemacht? Das war dumm. Leute, warum hab ich das gemacht? Jetzt ist das Item weg. Und Alucard hat keinen Upgrade. Hm, doof. Egal, weiter geht's. Nein, ich hab nicht mal die lange Peitsche, glaub ich, oder? Okay. Aber ich bin tot. Ähhhhhhh... Das Spiel lotscht gerade irgendwie. Irgendwie... Irgendwie mal wieder. So, gehen wir so durch. Das geht ja auch... Oh, ey, das geht wirklich. Cool. Einmal mal wieder. Hey, ja! So, bam! Und jetzt haben wir Upgrade. M-m-m-m. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So, sterb. Stirb. Okay, so. Hey. Das wird ein langer Part Naja, 10 Minuten wie immer Aber ich mein, ach egal Oh Gott Oh Gott Okay, wir müssen hier mit Ruhe rangehen So Den weg 1, 2 So Okay, 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 okay Ich würde sagen Russian Äh, A und Alucat, bitte Wir fliegen hoch Wir fliegen Oh Gott Oh, ein Tuch hier Oh Gott, oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Schaff ich's runter Ich spring sofort Nein Nein Oh, es war so klar, ey Oh, so eine Bastard-Passage hier im Spiel wieder Oh, ich möchte das spielen Nicht jetzt, ey Nicht jetzt Nöö Oh, verdammt Ich will das Herz um Ai, ja Hier kommen wir doch locker mal durch Das ist doch klar Ja, die Musik ist schön. Aber das ist eine Scheiße. Vor allem diese... Vor allem, weil ich den Treppen so gut, wie ich gar nichts machen kann. Okay. Das hat nicht gereicht. Okay. Oh, Gott. Nein! 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 Fuiu, bis hierhin muss ich wieder Eieieiei, Igors Eieieiei, okay Das sieht ihr natürlich nicht, also bis gleich Oh Gott, Igors Überall sind sie Oh, heieiei, also es geht gleich wieder weiter Yeah, durch die Tore sind wir gegangen, hurra Also wir sehen uns oben dann Jetzt holen wir ein Upgrade für Alucard Okay, Alucard Hol dir das Upgrade, cool Upgrade, kassiert, also Ja, dann kann ich mal einfach hier mit Alucard bleiben Aber, oh Cool, auf der Treppe können wir wechseln Yeah, aber wenn wir einmal getroffen werden sind wir tot, yeah Dies wird aber natürlich niemals passieren, oh Gott Aua, aua Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Eieie, stirb Eieieiei, diese Gargoyles hasse ich, ey Also die sind echt müß Ah, stirb So, äh, ganz vorsichtig Obacht, 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 Obacht Eieieiei So, irgendwie wird das schon mit viel Viel Geduld und Spucke wird das schon Vor allem Spucke brauchen wir viel Äh, whatever Hoch hier Oh Gott, nein, 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 nein Warum hab ich die Axt nicht geworfen? Weil ich mich geduckt habe Äh, fail Bis gleich So, da werden wir Nein, 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 nein Ich dachte, es war eigentlich mal ganz cool Wie ich mir das Upgrade hole Oh, so eine schlampen Bitch Kacke, passiert mir hier Nein, oh Gott, ich hab's geschafft Heieieiei Heieieiei Also bis gleich Ich bin schlau Ich weiß es ganz genau Nein, weiß ich nicht Ich hab mich so Oh Gott, heieiei So viele, äh Ach, ich weiß nicht, was ich sagen soll Ich bin so gut, dass ich so viele von euch habe Ähm, so viele von euch was Na egal Hui, docken Diesmal kriegst du mich nicht Ha Oh Gott Oh, hoch her, hoch her Tchö, was bewegt dein Leder Äh, Leder eingeweckelten Arsch Köh Nein Es ist so ein Witz Ich hab keinen Bock mehr Denn ich muss hier wieder anfangen Also bis dann oben ACH Hurra, hab ich das Item wieder Wohl, was, das ist Oh, eine Axtura Ah, Igor Panik Äh, damit ich denke Äh, die Schlampe benutzt Safe state Denn gleich sieht man zwei Herzen Hier, so, ich zeige euch einmal Wie ich mich umbringe Denn es bringt nichts Mit einem Leben loslaufen Also, bis gleich Mit zwei Leben dann Ha, guck mal, wie ich die Igor, äh, äh Regenshow überstanden habe Ha, ha, nur mit einem Treffer Ha, ha, ich bin so froh Ha, ha, mach erstmal eine Katze Äh, eine Katze tot, ja klar Diese kleinen Kerzen Ich schütze gerne mit meiner Peitsche Nein, ich meine Kerzen natürlich Of course Bis gleich Nein, nein Ich wurde von den Links erstaunt Ha, 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 ha Und ich wollte gerade essen Nom, 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 lecker Äh Yeah, endlich wieder geschafft Hier vorbei Unser, hey Hey, da komme ich ja gar nicht ran Und ich sagte Hey Was finde ich jetzt strange Ha Holt mich eben so Ich bin gewetzt Äh Ja, den Anfang lasse ich euch wieder gespart Ich, äh, bin ein bisschen oben, bin, unten, bin, dann bin, äh Bin, heiß, will einmal Nein, Feuer hat mich getötet Ah, 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 nein, ich will nicht mehr Ah, ich hasse dieses Spiel Oh, ich habe eben ganz knapp überlebt Heiei, hoch hier Ah, so Ab hier anzeige ich einfach mal, weil Oh Gott Weil ab hier wird es einfach nur noch kacke schwer Ey, aua, das wollte ich nicht Ah, ich will die Special-Attacke 1 Oh Gott Ich will nur die Special- Nein, nein Na Ich warte da rauf Ich will die Special-Attacke Es ist aber nichts, es ist geklappt Nein, 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 nein Okay, diesen Part habe ich absolut gar nichts geschafft Aber, äh Nächstes Mal stehe ich mir zwei Leben Genau da, wo ich jetzt eben verkackt bin Ich habe den Kopf jetzt auf den Boden gerichtet Also ich sehe nicht, was mit dem Bildschirm gerade passiert Also, äh, bis zum nächsten Mal Äh, das Spiel ist so doof